und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu cyberpunk 2077 ja das gerade wir sehen da oben noch unseren freund laufen ja da hinten dem folgen wir jetzt ich glaube ansprechen können nicht nur um das ganze abzukürzen schade ich weiß nicht genau wo ich hin muss aber ich muss erst mal den anzug anziehen genau das habe ich fast vergessen inventar special anzug da machen wir jetzt hier einen auf okay so steig in den de la main wo ist der ach hier vorne okay genau das ist sehr schön dass ich hinten ansteigen darf hallo kommst du auch ich wollte gerade sagen die redet mit mir und ist gar nicht im auto drin schick sieht er aus mit der main service mit der main you leave your problems at the door bitch better fucking believe i will i see no reason why you should be using expletives oh yeah what about that time i wanted to hire you for my cousin's bachelor party huh unfortunately we do not take on such contracts three months i've been saving up scratch yeah water under the bridge hit it though before we begin our journey i must verify the identities of all customers please proceed to connect your personal links okay we're going to be able to get out of here we have to get out of here we have to get out of here excelsior this just keeps getting better excelsior the excelsior is a package tailored to our premium clientele top quality don't come free you excelsior now watch delamade initiate combat mode my apologies but you do not appear to be in any sort of imminent danger huh oh well trust me you're more down in army of sacca ninjas if it comes down to it okay ähm gefechtsmodus klingt illegal auch das ist egal ja weil ich ehrlich war der weg der nomaden äh ähm wouldn't get overly excited hmm haven't gotten there not yet i know jack kind of feels like you're losing that steel grip of yours huh seems to me like it's you who's got some kind of problem need you to keep your head clear and in the game we got a job to do it's never ever been clearer in my whole fucking life let me explain something to you let me explain something to you my whole life i've spent in this shit around us and i ain't going back verständlich hey how's things smooth as fucking sandpaper we'll be pulling up to the hotel soon we are near our destination set up a direct encrypted line to guide you through kompaki the ring jackie now see if we're in sync can't be too careful and got static say something bug the greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity say what now aristotle guess you read me then yeah i read you not so much your greek friend though it was kind of exciting could give it some thought try to understand how about juvie ja ich denke ja das ist ja das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen hat er und nu? okay ah es will ich hoffen ah es will ich hoffen Ja? Okay. Okay. Ach du Scheiße, wie sieht die denn aus? Ist da noch was Menschliches dran? Nee, das sind alles Androiden, oder? Wie ist das? Victorino. Double room, two adults, one night, correct? Das ist das. Perfect. Ich werde mit Taki-san informieren. Shit, no good. Not part of the plan. Talk her up, V. Stahl. Das ist nicht notwendig. Wir werden erst mal auf den Weg. Wir werden sie selbst informieren. Aber Taki-san erwartet, nicht? Oh? Senorita. Do you know how long we've been traveling? 18 hours from New Barcelona. With the delay on Medikey, cause some cyber-cycle blew himself into bits inside the terminal. Ugh, nightmare. Of course, I understand. You'll be in the Lapis-Lasley suite on Level 42. Oh, one more little formality. Please validate your SID chip. Okay. Everything seems to be in order. We wish you a pleasant day. Thank you. Better get going. Yep. New Barcelona, really? It's called improvising. You should try it. Yeah, war aber nicht schlecht. Hm? Hm? Quaint. Cozy. Not like the hotel we had in Zurich, for that convention. Don't need that, Jack. Enough. What? I'll take this seriously. Would you seduce the world's most expensive model? I did not sue. Entweder kann man da links Sushi essen oder man kann Musik spielen. Ich bin mir nicht sicher. Aber da müssen wir offensichtlich nicht hin. Oder auch doch. Dann geht's in die Richtung. Oh. That got pretty rough. The top of the line tolls. The bar don't look too shabby. Welcome to Kompeki Plaza. We don't do reservations weekdays, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar if you prefer. I could bring Misty here one day, when we close this deal. You will. I'm sure. Let's go check out our digs. What? I was. Spielverderber. So bin ich nun mal. Ich nehme alles ernst, was ich hier mache. Ich meine… Sind wir ja komplett ohne Waffen da, ne? Also… Darf man ja auch nicht vergessen. Darf man sich keinen Fehler erlauben? Geh doch mal ein bisschen schneller hier. Sieht aber auch gar nicht so schlecht aus. Aber das ist nur… Nee, das ist nur so eine… Monitorwand. Habe ich ihn jetzt gerade beleidigt? Das ging alles so schnell. Ich habe gerade nur den englischen Teil noch verstanden, weil ich ja gesagt habe, das sieht aus wie so eine Monitorwand hier. Ich habe jetzt gedacht, dass wir beide hier gut reinpassen, aber anscheinend meinte er nur sich. Keine Ahnung. Tachchen, wir sind nicht hier. Einfach ignorieren. Sieht, naja, sehr steril aus, sagen wir es mal so. Hier und da mal so ein Bonsar-Bäumchen reingepflanzt, aber jetzt nichts, was einen irgendwie sich wohlfühlen lässt. Okay, tschüss, meine Sweet. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Ja, ich glaube. Ja, ja, ich glaube. Ähm, Scanner Fernseher Ähm, nach dem Einstiegspunkt für den Flathead Okay, ich wollte gerade sagen, was scanne ich hier eigentlich? Kann ich hier öffnen? Bringt mir das was? Aber wahrscheinlich ist der nicht hier im Bad, oder? Ja, doch Versuch du hier mal mit dem Scanner umzugehen und dann genau die Stelle zu finden Ah, Moment, da hinten, das sieht gut aus Kann nicht so schwer sein Ich glaube nicht hier Aber das scannen wir auch mal kurz Holowiew, okay 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 Macht der die Arbeit allein, oder muss ich hier irgendwas machen? Macht der allein, okay Und nun? Oh mein Gott, nein Äh, warum ich? Genau, warum ich? Achso, okay Immer diese Ausreden Äh, okay Was soll ich denn hier machen? Achso, okay Kann ich ihn steuern? Nee Scannen nach allen Zugang? Zu den Lüftungsschichten Moment, ich stehe aber noch nicht im Scan-Modus Ah, kann ich hier rein? Ich kann suchen Aber Aber Ich sehe jetzt hier keinen Bürgermeister, stellvertretender Bürgermeister Wir scannen mal einfach alles ab hier Okay Aber ich sehe jetzt hier noch keinen Zugang Da flackerte gerade was Ah Okay Ähm Schacht betreten Oh Also Also, wenn ich das richtig verstanden habe Ist er jetzt unsichtbar in diesem Modus, ne? Weil so Ja, sieht man ihn ja jetzt nur so durchsichtig Okay 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 Da ist er I don't Uh, but Where's the damn justice in it? What now? Housekeeping's in my way Okay, got a distractor Uh, let's see what's on the subnet Alright On it You know Good looking Silthy rich Has that naughty look in his eye? He's staying in the penthouse I mean you're a noble arasaka Fernseher Fernseher ist doch gut, oder? He might wear expensive suits But he's a biker What would you say to a TV? I'd say keep looking I'd give him a ride Okay, dann doch hier das Ding wahrscheinlich Terrarium's got a control pen Honey, stick the wipe in that glass Now I doubt it Dann mal nicht Was waren das hier eigentlich? Kühleinheit Terrarium's got a temp and air quality controller Cream, yeah Ich? Also ich? Okay Okay Kriegt das überhaupt irgendjemand mit hier? Wir kommen jetzt von einer ganz anderen Seite, aber okay. Ja, äh, scanne nach einem Zugang zu den Luftungsschichten. Ehrlich gesagt, ich warte ja irgendwie immer ab, ob hier noch irgendwas anderes... Warte mal, ich bin jetzt nicht in dem Modus, ich wollte gerade sagen. Versperrt den Weg. Ach so, aber nur, weil er zu ist, oder? Ja, okay. Ja. Okay. Da kommt es sich ja schon so ein bisschen vor wie bei James Bond oder so, ne? Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich gehe mal davon aus, so Technologie haben wir heute schon. Äh, CCTV-Port, äh, ich sehe hier gar keine Kamera, das ist wahrscheinlich... Ach doch, Moment. Okay, he's at it. Now toggle over to the other cam. Okay. Echt? Wir machen sowas nicht zum ersten Mal? Ich weiß es nicht. Komm, geh in den Scan-Modus rein. Suche per Scan nach einem Weg für den Flathead. Achso, wir müssen erst in den anderen Raum, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder soll ich das hier scannen? Okay. Ich war gedanklich schon zwei Schritte weiter. Aber na gut. Ist der jetzt drüben? Kann ich öff... Ähm, ja. Ähm... Wecke den Tweller. Ist das der hier? Ja. Ich logge mich aus. Okay, wie mache ich das? Achso, okay. Ja, bin ich noch im Scan-Modus? Äh, da ist er. Äh, da ist er. Na ja. Ich hab wieder die falsche Couch, oder? War ja wieder, klar. Ein paar Stunden später. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Das ist nicht alles, richtig? Eddie, Bildung... Ihr Pops kann auf die Finger und auf die ganze Welt in eine Nucleur-Wasteland. Aber in der Fall, du sagst, nehm, es geht's. Und was du machen? Start ein fucking Gang? Ha! Steal-Dragons, oder so. Du gehst von der FAM, spielst du ein paar Rechte, und spiel Gangleader für ein paar Jahre. Für was? Vielleicht ist er einfach aus dem System. So then why'd he come back? Tough to ditch the system when the system's your own family. Black sheep's still a sheep, huh? One way to put it. Crawl back on all fours. Tail between his legs. Fucking cheap-ass rebel. Fucking tourist. Tourist or not, he just walked into the lobby. And we are back in biz. Pinhouse security is neutralized. Perfecto. Let's start the show. Okay. Junge, beweg dich doch mal! Ich stehe ja schon lange im Aufzug. Hallo? Geh ich halt alleine. So. Haha. Oh, kann ich nicht. Schade. Nein! Jetzt beweg dich doch mal, alter Mann! Wir wollen hier jetzt nicht ewig warten. Mach hinne! Geht doch. Mein Gott! Hallo. Oh. 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 Prostlich. Ja. Das Ding bewegt sich. Das Ding ist ein Lebewesen. Äh, safe, da hinten. Ein Schalter. Moment, äh... Da hinten. Okay. Moment, Moment. Wenn ich hier was mitgehen lassen kann, dann mach ich das. Oh, jetzt komm ich da nicht ran wegen dem Ding hier, oder was? So, warte, ich komm, ich komm. Moment, ich komm gleich, da ist noch was. Ja, ja, ja. Siehst du diese ganzen Schätzchen hier nicht? Oh, was ist jetzt los? Hallo? Ich glaub, das System wollte auch lieber, dass ich direkt hingehe. Oh, oh. Mir auch nicht. Okay, raus hier, Leute. Ja, komm, raus. Zackig. Ach so, Folge Jackie. Dann geh vor, aber mach hin. Was für eine Säule. Ich komm hier nicht rum. Was ist das für ein Scheiß? Geh weg da. Geh weg. Da kann man reingehen. Okay. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wir haben keine Waffen. Ich wollte euch nur nochmal dran erinnern. Oh, fuck. Shhh. Geh weg. Arasaka-sama. Ich habe noch keine Böden-Jack. Ich bin mein Vater. Ich bin mein Vater. Geh weg. Ich bin das. Geh weg. Oh, ja. Oh, ja. Ja, und jetzt halt mal die Klappe. Die hören uns noch. Ja, und jetzt halt mal die Klappe. 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 Die Klappe. Ja, und jetzt halt mal 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 die Klappe. Ja. 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 Ja.